Musik Tja, willkommen Freunde zur nächsten Runde von Dead by Daylight. Tja, man hörte mal die Hyäne live aus dem Teamspeak aus dem weiten Fern von Alb. Einen wunderschönen guten Tag. Wer kann das so schön sagen, wenn nicht er. Wenn nicht wer, wann dann auch die liebe und charmante, aber tittenbonusfreudige, äh, bleckig. Hallo. Unterlieben abgefuckten, aber doch sehr charmanten und vielleicht aber doch nicht reizbaren Holy Diver. Grüß Sie gut miteinander. Tja, mit dieser freundlichen Runde gebe ich bekannt, Alb ist Killer. Und ich hoffe... Ja, genau. Vielleicht frage ich dich ja beim nächsten Mal, ob du mir auch tittenbonus gewährst. Ich bin der Brüste zähl ich dazu. Ja, jetzt bin ich mal klar, wie er damit zurechtkommt. Gut, denke mal nicht. Also 600 Punkte sind mir schon mal sicher. Ich kann mir auch nicht der Alp nehmen. Alter! Na, Püppchen, wo willst du denn hin? Die wollte der Bus kriegen. Nach Brankowicz. Na, komm mal her, kuscheln. Na, du wolltest doch immer schon mal auf Händen getragen werden, wa? Hm. Na, komm mal her. gut gemacht auch gerade der hässliche Harte ich darf da wohl nicht wahr sein jetzt habe ich diesen Pferdermass meister hinter mir gibt's kein hallo bei dir gibt's so Hölle und verdammtes wie geht es dir denn was ist das für ein komisches Herz was ich da rechts habe Aaaa habt ihr auch irgendwie ein Herz an der Seite ja Ich hab so ein gutes Herz also einen Herz in den r samurai Der sich da fühlt Der war knapp Alter Der ein Schwein. Okay, jetzt ist es gleich voll. Und jetzt? Oh man, Alp, das ist fantastisch, ey. Junge, Junge, Junge. Nein, nicht im Sprung. Das ist so fies. Ich hasse das, Alter. What the fuck? Ey. Guck mal her, mein Schatzi-Tazzi. Ja, du geile Drecksau, ey. Ich stelle ihn nicht so an, du willst es auch. Hau ab, du... Er ist rechts von mir weg. Ich hab wohl die Krähe kaputt hauen. Wer ist denn noch unten im Keller? Bloß Schwachsinn, ey. Achtung, er kümmt! Er kümmt! Nicht, nicht, nicht! Geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg! Geh weg! Danke! Oh nein! Das ist interessant mit Alp! So, Püppchen! Oh Mann! Willst du nicht mal wie ein bisschen abhängen? Nein! Nein! Oh, Alter! Ach Mensch! Was hast du jetzt gemacht? Ich hab eins gemacht! Ich bin lieb! Aber ich frag mich echt, was das für ein Herz da ist an der Rätsel der Zeit bei mir. Hier! Pirdus, das müsstest du doch auch haben, rechts in der Mitte! Nein! Verstehst nicht! Danke dir, Uli! Sehr nett von dir! Kein Problem! Die Kiste hab ich schon geholt, Uli! Ja! Haben wir uns doch überall gefahren zu wissen? Ich hab ganz vergessen, dass ich mich selber heilen konnte! Mann, Mann, Mann! Aber der Loot der Kistens ist schon mal wieder... HALP! Voll beschissen! Ach was! Wo bist du, Dicker? Komm doch mal zu uns! Lass mir kurz zu, Blecky! Ja, ja! Siehst du das Herz rechts? Ja, ich seh das, ja! Oh, schnell um die Ecke! Alles klar! Nein! Ui! Ui! Das war knapp jetzt! Ui! 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 Gut, dass uns da hinten rum eiert! Oh, Auli! Ich hab echt Schwein gehabt jetzt! Boah, Alter, du machst ganz viel Spaß. Musst du immer hier rumeiern, Alter, wo ich in der Nähe bin? Das geht mal gar nicht, ey. Du riechst eben so anders. Ja, das glaube ich auch. Der Gestank ist nicht das Schlimme, aber das Beißen in den Augen. Oli, wie sieht es bei dir aus? Kein Kommentar. Ist dabei. Wieviel hast du noch vom Generator? Es läuft. Schlecht oder langsam? Echt gut. Ey, 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 ey. bleib da holi alles gut hat hat sicher ok Oh, Mann. Er macht ihn aber auch nervös, oder? Ja, hast gewonnen. Warte, ich komme freiwillig aus. Das gibt es nicht. Ich gucke, der hat mich doch jetzt nicht gesehen. Doch, hat er. Ich habe mich nicht gesehen, oder? Tja, Hauli, ich glaube, du musst auch nicht weiterspielen. Hauli! Hauli, Brot, eine Hilfe! Da war du Klappschuhl! Okay, das wird, glaube ich, nichts mehr. Er ist auf dem Weg. Kannst du halt nicht noch lauter sagen? Hm? Geh weiter, Hauli, geh weiter! Ist das ein... Blau! Hier, du hängst mich jetzt denselben Haken. Ich will einen anderen! Ich will einen anderen! Ich will kein Blutverwandter sein vom Virus. Okay, aber nur, weil du es bist. Guck mal, der ist noch Fabrik neu. Okay, danke schön. Ist der von Ikea? Nee, vom Boko. Ich will einen anderen! Was? Ich will einen runter! Ah! 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 Da ist schon wieder einer gegangen! Äh! Und weg! Voll dich! Eroh! Eroh! Ah ja! Spiel mit deiner Oma, ey! Oh! Nee! Ist nicht dein Ernst! Oh! Ich muss kacken! Hahahaha! Geh weg! Hahaha! Hahaha! das bringt ja gar nichts mal hier komm her auf du willst es doch auch immer dieses komische stechen an den Händen und tschüssi Kossky nein es tut mir leid du hast wohl gelenkschmerzen oder noch nicht aber du das war jetzt nicht so toll ich glaube so was selber nicht dran du hättest ja auch mit der Kettzege das nicht ruhig sehen einfach, ja? Oh mein Gott. spielchen ah hey Nein! Das war wohl nichts. Boah, Alter! Kannst du nicht mal verziehen, Alter! Das geht ja mal gar nicht, ey! Das wie konnte... Das kann doch nicht wahr sein, ey! Ich rechne dann von irgendeiner Seite, wo ich nicht mit rechne. Oh, wie er dich schon mal laufen lässt, ne? Ah! Jetzt war er! Ich dachte, er kommt links! Mit einmal, da ging's! Ah, Schloch! Oh, 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 oh! Hat aber lange gedauert, ey! Hahaha! Aber, ne? Schön! Bei mir siehst du mal, ich als Survivor, ich hab' ich aber drauf! Hahaha! Alter, war das frei aber auch, ey! Ganz schön... Naja, auf jeden Fall war das... Ja, ne? Das war auf jeden Fall... Äh, ja! Oh, alter Verwalter! Geh' her! Ja, da war doch mal mit einer schicke Runde, du! Mit altfantastisch, du! Nee, wat schön! Nee, wat schön! Ich hätte jetzt gesagt, die Blackie, die spielt jetzt mal Killer, aber die will ja nie! Die traut sich ja nicht! Ich weiß noch nicht mal, wie Killer geschrieben wird! Also mach' ich dafür nochmal Killer, aber ich nehm' jetzt nicht den Fallensteller! Nein, nein! Äh, sonst spiel' ich nicht mit, ne? Was bist du denn für ein feiges Würstchen, ey? Mal ganz ehrlich, ey! Jeder andere nimmt das jetzt in der Aufnahme, kriegt das jetzt... Äh, nein, 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 nein! Alter! Pussy, ey! Ist dat herrlich! ... Vielen Dank.